Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die AfD hat eine Aktuelle Stunde zum Thema Meinungsfreiheit beantragt. Zum Anfang eine Klarstellung. Das Grundgesetz schützt die Meinungsfreiheit als elementares Grundrecht und Schutzrecht der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat. Es schützt nicht vor Widerspruch. Es hat auch nicht die Intention, etwa Abgeordnete vor Protest zu schützen. Ausgerechnet die AfD beklagt die angeblich mangelnde Meinungsfreiheit. Die AfD, deren Spitzenkandidat Höcke einem ZDF-Journalisten mit Konsequenzen droht, weil ihm seine Fragen nicht passen, deren Parteivorsitzender Meuthen das durch junge Menschen wahrgenommen Demonstrationsrecht bei Fridays for Future als politischen Kindesmissbrauch bezeichnet, deren Parteivorsitzender Gauland sich im ARD-Sommerinterview weigert, sich Zuschauerfragen zu stellen, der gleiche Gauland hat sich übrigens am Montag darüber beschwert, dass ihm die Meinungsfreiheit zu weit gehe, wenn Richter bestätigen, dass man Höcker einen Faschisten nennen dürfe. War es nicht die AfD, die vor Kurzem hier im Landtag eine Aktuelle Stunde beantragt hat, um das Ergebnis einer demokratischen Wahl an der TU Darmstadt zu problematisieren, weil ihnen die politische Ausrichtung der Präsidentin nicht gepasst hat? Sie haben hier gefordert, dass der Frankfurter Oberbürgermeister als Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Frankfurt zurücktreten müsse, weil er es wagte, angesichts der IAA drei kritische Sätze zur Automobilindustrie zu verlieren. Da gilt nicht. Das wird man wohl einmal sagen dürfen. Sie reden von Freiheit von Wissenschaft und Kultur. Sie verteufeln in Anfragen die Genderforschung an Hochschulen und Kultureinrichtungen, deren Programm Ihnen nicht deutsch genug ist. Da sorgen Sie sich im Ausschuss um die deutsche Kultur und beklagen, dass in hessischen Kulturzentren afrikanisches Trommeln oder das Spielen des Digitales Gelehrt wird. Ihre Einstellung zu Grundrechten, zu Meinungspresse und Versammlungsfreiheit ist äußerst selektiv, um es einmal ganz vorsichtig zu sagen. Heute mokieren Sie sich darüber, dass Studierende einen Auftritt von Thomas de Maizière an der Uni Göttingen gestört haben. Als im Bundestagswahlkampf immer wieder Veranstaltungen von Angela Merkel durch Pegida- und AfD-Anhänger gestört wurden, weil während ihrer Auftritte unoderbrochen gegrüllt wurden, Volksverräter dazwischen gegrüllt wurden und sie mit Tomaten beworfen wurden, hatte die AfD überhaupt kein Problem damit, dass diese Veranstaltung von ihren eigenen Leuten gestört wurde. Heute beklagen Sie die Entlassung des Chefs der hessischen Filmförderung, der sich öffentlichkeitswirksam mit AfD-Chef Meuthen getroffen hat, als Anschlag auf die Meinungsfreiheit. Die Landesregierung sei ihrer Fürsorgepflicht nicht nachgekommen. Schreiben Sie in Ihrem Antrag, den wir später noch beraten. Kleiner Hinweis, weil Ihnen die Bewahrung der deutschen Sprache so wichtig ist. Fürsorge schreibt man nicht mit H. Klar, mit Sorge um den Führer hat das nämlich nichts zu tun. Es ist doch die AfD, die allenorts finanzielle und personelle Konsequenzen für Kultureinrichtungen fordert, die Ihnen nicht passen. Ihre Parteifreunde in Sachsen-Anhalt forderten die Entlassung eines Opernintendanten, weil zu viel Willkommenspropaganda auf dem Spielplan stünde. In Berlin haben Sie gefordert, die Leiterin eines Theaters wegen Verletzung des politischen Neutralitätsgebots zu ermahnen, weil das Theater im Programmheft zu einer Inszenierung über eine Partei geschrieben hatte, die mit ausländerfeindlichen Parolen Erfolg hat. Die Berliner AfD-Fraktion wollte mittlerweile den Friedrichstadt-Palast, den Maxim-Gorki-Theater und den Deutschen Theater die Mittel kürzen, weil ihnen entweder der Spielplan oder die politische Ausrichtung der Intendanten hoffentlich passte. Also, dass ausgerechnet die AfD die Meinungsfreiheit vor sich herträgt, das ist absurd, meine Damen und Herren. Seit dieser Woche wissen wir, dass man bei Auftritten von Frau Weidel am besten nicht einmal husten sollte, um nicht Gefahr zu laufen, brachial vom Saalschutz entfernt zu werden. Die Politik der AfD ist ein Anschlag auf die Meinungsfreiheit. Sie fahren eine reißerische Kampagne. Die Mehrheit der Deutschen würde sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen. Das ist eine völlige Perversion der Meinungsfreiheit als Freiheit von Widerspruch. Sie haben kein Recht auf keinen Widerspruch, sondern Sie haben den heftigsten Widerspruch für Ihre Positionen verdient. Ihr vermeintlicher Einsatz für Meinungsfreiheit ist in Wirklichkeit der Versuch, die Meinungshoheit zu erlangen. Sie wollen das Sagbare immer weiter nach rechts verschieben, und Sie wollen Widerspruch dagegen diskreditieren. Sie predigen Meinungsfreiheit, und Sie wollen Zensur. Sie fabulieren von links-grünen Mainstream, und Sie inszenieren sich als Opfer. Dabei sind Sie es, die den Hass in dieser Gesellschaft und den Rassismus sehen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Menschen wie Höcke stehen nicht für Meinungsfreiheit. Menschen wie Höcke stehen in der Tradition des Bücherverbrennens. Dem werden wir immer laut widersprechen. Ihren Positionen muss laut widersprechen werden. Das hat mit Meinungsfreiheit überhaupt nichts zu tun.